Wir gucken uns nochmal mit der linearen Näherung an, wie man denn die Wurzelfunktion ableiten könnte. Die gibt es morgen geschenkt, die Ableitung der Wurzelfunktion, aber hier sehen Sie es nochmal im Detail. Und vor allen Dingen die lineare Näherung dabei, Wurzelfunktion. Die Wurzel aus 3 plus h, wenn ich die Wurzel nicht aus der Zahl 3 bilden will, sondern aus der etwas gestörten Zahl 3, dann soll das sein, die Wurzel aus 3 plus, jetzt schreibe ich mal hier m, mal h plus klein o von h. Was ist die Bedeutung von der Zahl m hier? Das war jetzt offensichtlich nach der Frage, nicht? Also hier steht die Ableitung der Wurzelfunktion an der Stelle 3. Ich störe hier an der Stelle 3 die Zahl, die da gleich steht als m, das ist die Ableitung der Wurzel an x gleich 3. Und wenn wir das in x gleich 3 können, können wir es auch an x gleich pi und x gleich 42. Nehmen Sie mal diese Gleichung und quadrieren sie. Und dann gucken Sie mal scharf hin, was m sein müsste. Das ist ja exakt. Ich nehme die lineare Näherung, schreibe hier noch den Rest dazu, der da fehlt, um exakt zu sein. Quadrieren Sie beide Seiten, bestimmen Sie m. Damit haben Sie zum ersten Mal im Leben wahrscheinlich die Wurzelfunktion selbst abgeleitet, statt die Formel einfach zu benutzen, gedankenlos. Beide Seiten quadrieren. Links quadrieren, gut, dann kriege ich 3 plus h. Das ist ja der Sinn der Sache. Sie haben eine Wurzel, nehmen Sie Wurzel aus 42. Welche Zahl muss ich quadrieren, damit 42 rauskommt? Und jetzt quadrieren Sie die Zahl, die Sie quadrieren müssen, damit 42 rauskommt und kriegen, oh Wunder, 42 raus. Ich muss vielleicht hin und wieder mit Vorzeichen aufpassen, aber hier mit Wurzel und dann quadrieren. Dieselbe Zahl kommt wieder raus. Wenn Sie quadrieren, kommt links dieselbe Zahl raus. Vielleicht schreibe ich mir das links und rechts quadrieren. Rechts quadrieren hat sich als eine kleine Hürde herausgestellt. Denken Sie an sowas. 1 plus 2, wenn Sie das quadrieren, dann wollen Sie offensichtlich 3 Quadrat, also 9 raus haben. Das ist nicht 1 Quadrat plus 2 Quadrat. 1 plus 4 ist noch nicht 9. Sie kriegen noch 2 mal 1 mal 2 dazu. 1 plus 4 plus 4. 4, das ist 9. Das haben Sie jetzt teilweise unterschlagen. Sie kriegen Kreuzdärme, wie das so heißt. Den ersten mal den zweiten. Wenn Sie eine Summe quadrieren, kriegen Sie nicht nur den ersten ins Quadrat und den zweiten ins Quadrat, Sie kriegen Kreuzdärme. Ich denke das so vor. 1 plus 2, 1 plus 2. Den ersten mal den ersten. Den ersten mal den zweiten. Ein Kreuzdärme. Den zweiten mal den ersten. Ein Kreuzdärme. Den zweiten mal den zweiten. Diese beiden hier haben Sie jetzt größtenteils unterschlagen. Das geht natürlich genauso dann, wenn Sie eine Summe mit 3 Summanden haben. Da müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Ich schreibe das deshalb nochmal hin. Also wirklich diese Summe, Wurzel 3 plus m mal h plus klein o von h, mal sich selbst, das heißt ja quadrieren, dieses Ding mal sich selbst. Plus m mal h plus klein o von h. Jetzt nehme ich natürlich nur die wichtigen Terme, die relevanten Terme. Das ist das Schöne mit dem o von h. Ich kann ganz viel einfach unter den Teppich kehren. Mathematisch offiziell. Wenn Sie googeln wollen, das nennt sich, es ist eines der Landau-Symbole. Landau. Eines der Landau-Symbole. Der hat das erfunden. Mathematiker sind halt faul. Das ist sozusagen ein Symbol, mit dessen Hilfe ich was unter den Teppich kehren kann, ohne jetzt ganz viel hinzuschreiben. Wir nehmen den ersten mal den ersten. Wurzel 3 mal Wurzel 3 ist 3. Wir nehmen den ersten mal den zweiten. Das ist Wurzel 3 m h plus Wurzel 3 m mal h. Wir nehmen den ersten mal den letzten. Das ist was wie o von h. Eine konstante Zahl mal etwas Irrelevantes. Bleibt irrelevant. Wir nehmen den zweiten mal den ersten. m mal h mal Wurzel 3. So was haben wir schon. Wurzel 3 m mal h. Den haben wir jetzt zweimal. Wir nehmen den zweiten mal den zweiten. m h Quadrat. Den buchen wir als irrelevant weg. m mal h mal o von h. Nun wirklich irrelevant. Und jetzt kommt o von h mal alles Mögliche. Alles irrelevant. Sehen wir, wie schnell man so arbeiten kann auf diese Weise. Und jetzt sehen Sie, was m gewesen ist. Was ist die Ableitung meiner Wurzelfunktion an der Stelle 3? So, links haben Sie einmal h. Dann muss das hier doch auch wohl einmal h werden. Sonst haut das doch nicht hin für alle h. Soll ja nicht nur für ein einziges h gelten. Soll für alle h gelten. 3 plus h soll sein. 3 plus 2 Wurzel 3 m mal h plus Kleingeld. Dann heißt das, was hier steht. 2 Wurzel 3 m. Das muss 1 sein. 1 mal h steht links. Dann brauche ich hier auch einmal h. 3 plus 1 mal h. 3 plus 1 mal h. Und damit lerne ich, m ist gleich 1 durch 2 Wurzel 3. Das haben Sie in der Schule gelernt. Was ist die Ableitung der Wurzelfunktion? Die Ableitung der Wurzelfunktion ist 1 durch 2 mal die Wurzel. Die Ableitung der Wurzelfunktion an der Stelle 3, haben wir ja gesagt, steht da. Die Ableitung der Wurzelfunktion an der Stelle 3 ist 1 durch 2 mal Wurzel 3. Hätte man zu Fuß machen können. Morgen kriegen wir eine Regel mit, der das ganz auf die Schnelle geht. Daher Möller hat es geschrieben. Das war die Hälfte.